die betsy ann machte von vier bis acht uhr morgens zwölf und einen halben knoten das kam aber auch vielleicht daher daß der wind jetzt mehr herumgegangen war und fast genau von osten blies dadurch faßten alle segel so viel besser und wenn auch die lehsegel unnütz geworden waren zogen die klüver desto mehr um zehn uhr schon ließ der kapitän den kurs ändern und einen strich mehr nach westen anlegen und ein mann mußte hinauf in den vortopp um nach leh zu auszuschauen ob er nicht breakers an klippen brandende wellen oder irgendeine landmarke oder vorragende klippe selber entdecken könne die betsy ann befand sich aber noch immer zu weit vom lande und um zwölf uhr nachdem er die sonne genommen ließ der kapitän plötzlich vierkant brassen und lief vor dem wind gerade die barrier reefs an dem breiten grad nach mußte er sich genau in einer höhe mit rains passage befinden und durfte deshalb nicht zu weit nach norden auflaufen der wind hatte aber jetzt auch merklich nachgelassen und je eher sie die passage erreichten desto besser da einem schiff kaum etwas fatales geschehen kann als unmittelbar in der nähe der riffe von windstille befallen zu werden die strömung geht in dieser jahreszeit stets gegen die klippen an und manches schiff ist schon dadurch auf die felsen getrieben und zertrümmert worden der kapitän stieg jetzt selber mit seinem teleskop versehen in den vortopp hinauf denn es beunruhigte ihn daß sie noch nicht in sicht der klippen sein sollten denen er sich wenn sie dieselben nicht bald ausmachten vor abend auch nicht viel weiter nähern durfte da drüben bläst ein fisch sagte der matrose der schon oben saß als der kapitän an den wanden heraufstieg da noch mal da noch mal holzkopf brummte aber der alte seemann als er nur einen blick dort hinübergeworfen kannst du nicht mal einen breaker von einem strahl unterscheiden das sind ja die reefs hast du sie schon lange gesehen bild kennen in und ihr